und was war normalerweise ist das nie wenn wir sagen nicht mal das oder das und jetzt plötzlich machen sie es mal finde ich super das hat so eine worte und natürlich spiegel also langsam ich kann dir die steuerung von nun schon gleich nochmal erklären also es funktioniert einwandfrei ich mochte das nicht irgendwie keine ahnung das war sie noch für mich macht dieses spiel wirklich nur mit gamepad sind alles andere finde ich unheimlich schlecht umgesetzt aber ist nur meine meine muss nicht sein die ich nicht teilen kann nun schock und so weiter funktioniert einwandfrei das geht halt nicht und die alte wie will ich nicht unbedingt aufbauen denn damit müsste ich dann erstmal eine halbe stunde versuchen ins internet zu kommen eine ist okay es kann halt nur sein dass ich hier nicht großartig mitwirken kann dann heute das ist halt was wir mal gucken das wäre dann auch schade dass es die 100 hier ist kommt der 100 part aufwenden dieser also für mich läuft es gerade ich war in der luft und der power hat mir nichts ausgemacht da wurde nick weg gehauen das problem ist dass ich in jeder kurve jetzt vom gas gehen muss weil ich sie sonst nicht nehmen kann das ist totaler mist dann bleibe ich ein dauernd überhängt dann fahre ich noch an den marika wie macht wirklich nur sinn wenn du dann bei dir bist ja also das ist dann wirklich übel ne es ist es ja ich kann überhaupt nichts ich glaube ich das mache nichts gar nicht zu werden ja ich sehe es das ist wirklich keine untertreibung da kommen nicht vom platz man sieht sie eventuell auch an seiner spielfähigkeit hier also das ist wirklich schlimm ich knall gegen jede wand ich kann keine kurve nehmen es ist wirklich katastrophal also ich bin jedenfalls wieder in der steuerung drinnen ja dann werde ich gleich noch mal den online mode verlassen und bereite schon mal steuerung vor ok steckt noch mal ab ich werde als es mensch ist wir enden nein den brauchst du doch nicht einlegen Quatsack ja aber so hat das wirklich keinen sinn ja wir können im raum wechseln ach im raum kannst du und dann muss ich nicht schließen ok ok gut warte noch nicht erst wenn wir dritten wirklich im raum sind ja jetzt immer ja ja jetzt versuch mal da ist jetzt alles in ordnung ok also items macht sie hier mit mit dem ok fahren mit dem hier und dritten wäre hier wenn du das machen musst du das machen muss so haben wir sind 24 immer noch dann würden wir würde ich sagen wir machen dann Münsterjäger ja das kann man auch probieren und denk dran diesmal etwas schneller wobei hier würde ich auch für automatisch bitte Arcton aufdrücken genau genau ok gut so genau so und hier auf manuell da gehe ich immer auf manuell ne automatik automatik genau genau weil ich ja hier absolut nicht dritten kann ich komme da nicht um die kurven mhm also wenn das damit dann auch nicht funktionieren sollte dann wie gesagt ich mach das immer mit gamepad von da wäre das eine riesenumstellung für mich ich muss halt mal gucken ja wenn du irgendwelche tricks machen willst dann musst du halt die v-mode schütteln was willst du wow gute frage ich finde über das kettenhund roulette cool aber funky stadion da kannst du etwas rum testen ist groß genug ja naja gucken wir mal jetzt ist einer rausgegangen jetzt sind wir elf hm irgendeiner fehlt naja kajot kajot mal das rausfliegen preventen na bitte ich hatte sogar mal einen blitzstart was ich sonst nie hatte bis trotzdem an der seite raus also denk dran weil wir joshi mich runtergehauen hat also denk dran z damit machst du items aktiv au also es ist wirklich sehr ungewohnt aber es muss irgendwie gehen es ist auf jeden fall schon mal besser als das WiiWheel ich hätte es nicht gedacht weil damals kam ich mit Nunchaku überhaupt nicht klar aus irgendeinem Grund und Karpon ja einfach mal versuchen Versuch macht klug sage ich doch immer au na das war jetzt nichts ich hatte eh keine Münze von daher ist ja egal was wäre ich jetzt weg ich meinte bei mir ich hab irgendwie im hopstala so oh ja nein beinahe an die Bombe von den roten rein und Und... Scheiße. Boah, die haben so viele Punkte, ey. Ich sehe so viele Münzen hier gar nicht. Ja, weil die schon eingesammelt wurden. Scheiße. Das heißt, wir müssen jetzt auf die anderen drauf gehen. Irgendwie... Ah, nein! Ich habe alle meine Münzen verloren. Shit. Das läuft gerade nicht so gut. Nee. Alter, wer war das? Wer hat da Liebe mit mir gemacht? Ich will sofort wissen, wer Liebe mit mir macht. Oder so. Na, na. Ich bin schlichtweg im roten Team, dann hätte ich mehr Siege chancen gerade. Unglaublich. Alter, ich bekomme aber auch keine Ü-Trans. Und das nimmst du mir weg. Was ich... Mann. Was soll ich denn damit? Boah, ich habe eine Bombe direkt auf Steve drauf geworfen. Sehr gut. Alter, war das gut. Na, der wird sich jetzt geärgert haben. Richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist voll'n Chaos. Nein, kein Stern-Typi. Das kann ich jetzt absolut nicht gebrauchen. Nein, 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 nein. Ich habe einen Stern abgewehrt. Yay. Weg hier, weg hier, weg hier. Ey, das haben wir. Ahhhh. Ich verliere nochmal alle drei Münzen zum Schluss. Das gibt's doch nicht. Das ist doch unglaublich. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die in der Vergangenheit schon sehr gut bei dem Projekt abgeschmitten haben. Also, wow. Das ist natürlich schwierig. Auf jeden Fall, je nachdem wie ich das schneide, sind wir jetzt auch im hundertsten Part dieses Projektes. Immer noch Wahnsinn. Das ist der Hammer, ja. Ich habe damals gedacht, 30 Parts und dann hat keiner mehr Interesse dran. Ja. Norell meinte einmal zu mir, das Projekt sei deshalb so gut, weil wir halt die Community einbinden machen und auch zwischen den Themen wechseln, mal spannend und chaotisch, lustig, ernste und so weiter. Jo. Dass das halt alle an den Ball hält. Dazu zu schauen und mitzumachen und so weiter. Ich finde das Projekt so richtig knackig. Ja. Der Witz ist mittlerweile nicht mehr ganz so knackig. Es ist mittlerweile hundert Parts als dieser Witz. Ja, nicht ganz. Ich würde sagen 30. Ja. Auch nur Spaß. Und das könnten wirklich 30 Parts sein. Na. Ich schaue schon alle kaputt. Das ist gut. Nur mal eins habe ich schon mal kaputt gehauen. So. Aber leider hatte nur mal eins keine Münzen. Ich würde gerne versuchen, hier lang zu fahren. Denn hier ist eine... Ja, genau. Meine Nase ist am Jucken. Ey. Boah, ich habe roten Panzer so gerade eben noch zu fahren. Ich würde auch noch mit Bananen abwehren können. Wow. Okay. Ähm. Alter Schwede. Na, Mist. Das habe ich hier wieder und... Äh, komm, den schmeißen mal dahin. Mal gucken, was der da ausmacht. Na ja. Ja. Der macht da bestimmt gar nichts aus. Wow. Da kam eine Münze hinter mir auf den Boden. Okay. Äh. Zufubleck, man. Da ist noch eine. Ich will die haben. Und da habe ich. Und da habe ich. Ich bin so gut. Sehr gut. Ich habe Münzen. Da freut er sich. Ich habe Münzen. Ich bin Geldgeil. Bei uns. Ja, ja. Oh nein, kein Sterntypie hinter mir. Das ist jetzt ganz schön schlecht. Das ist doch so laut. Okay, Mann. Das ist nämlich ganz schön schlecht jetzt. Du kacke. Ach, hör doch mal auf jetzt. Oh echt jetzt? I'm coming to the rescue. Echt. Nicht. Ich habe innerhalb weniger Sekunden 10 Münzen verloren. Du hattest so viele? Ich hatte 10 Münzen. Also sie haben mich jetzt 3x hintereinander getroffen. Und sie hören auch nicht auf gerade. Und. Ha. Und so. Ich habe eine Banane. Was mache ich mit der Banane? Dodo ist da. Ich behalte sie. Oh Gott, ey. Ich sehe aber auch nie irgendjemanden. Da. Nein. Das kann doch nicht so schwer sein. Scheiße. Oh Gott. Was ist hier los? Nintendo Smash. Ich wusste ich leider. Fuck ey. Ich hatte 9 Münzen vorhin. Wow. Immerhin. Also das haben wir in den Sand gesetzt. Naja. Aber immerhin war es knapp. Wow. Ich hatte die meisten. Wow. Na gut. Und wir hatten auch noch die wenigeren. Leute. Einen weniger im Team. Naja. Was soll's. Naja. Jetzt reden sie nur noch über Sonic oder so? Keine Ahnung. Naja. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Ich mache schon lange einen Moment bitte. Na gut. Dann nutze ich mal die Zeit und trinke einen Schluck. Sehr schön. Tu das. Toll. Tja. Das war wohl nichts. Doch. Das war was. So. Ich würde sagen wir fahren jetzt nochmal ne? Ja fahren wir nochmal. Probier jetzt einfach nochmal. Müsste gehen. Weil wir 11 Leute sind. So viel zu dem Thema. Wir sind 11 Leute. Das darf nicht wahr sein. So und jetzt denkt dran. Automatik ist noch dran. Sehr schön. Weil das macht keinen Sinn. Mhm. Ah.